Und das ist eine von mehreren und vielen kreativen Ideen. Zwei davon werden wir Ihnen heute vorstellen. Und das erste ist jetzt unser Mitmachplakat, das wir einmal enthüllen, Herr Landeshauptmann. Damit du weißt, was ich auch das geplant habe, mit deinen heutigen 41 Jahren sind wir beide gemeinsam 100 Jahre alt. Komm! Unsere Mitarbeiter werden auch kurz demonstrieren, wie das funktioniert, dass wir die Menschen einladen, das selbst zu gestalten. Wir haben das alles auf dem Aglet, Folien aufgedruckt und sind so in der Lage, dann immer sehr flexibel das jeweilige Plakat gestalten zu lassen, und sofern die Menschen nicht mit eigenen Sachen siehst, habe ich euch gesagt. Das war ja wieder ein Bromter-Ecke. Wir haben ihn gewarnt. Sofern die Menschen nicht mit eigenen Ideen zu unseren Veranstaltungen kommen. Wir wollen durch alle Kärntner Gemeinden fahren mit unseren vier Plakaten, vier fahrenden Plakaten, mit unseren Mitmachplakaten. Unsere Ideen sehr, sehr modern, sondern auch in der Technik sehr modern. Wir haben ja die SPÖ-App präsentiert vor kurzem. Und wir haben da auch die Möglichkeit, wenn man das App heruntergeladen hat, etwas zu suchen, etwas zu finden. Es könnte sein, dass sich mit Augmented Reality dann da auch etwas tut, wenn die Menschen das mit dieser App anschauen, unser Plakat. Wir haben da etwas ganz Besonderes auch vorbereitet. Und zwar kann man sich in unserer Fotobox zweimal als Kaiser verkleiden, in der ersten Form. Und da sollte man jetzt irgendwo hinter dem Plakat hervorkommen. Wer Interesse hat, ich will zu, von unserem Landeshauptmann, wir haben vorausgefunden, der kostet 35 Euro. Das zweite Highlight ist, und Sie sehen da die verhüllte Tafel noch, wir wollen nicht bestimmen, was die Jugend über Politik denkt, sondern die Jugend soll das bestimmen und soll uns Botschaften mitgeben. Und da ist es ähnlich, dieses Plakats, das System. Die Menschen können, die jungen Leute, die dann in diese Fotobox gehen, können sich dann Tafel selber bauen, uns politische Botschaften, und wir werden die in den nächsten fünf Jahren dann weiterverfolgen. Wir würden Ihnen das gerne jetzt noch demonstrieren, wie das Ganze vorbereitet. Dann können jetzt die Leute, die ihr Interesse haben, sich unseren Fotobox zu vergeben, ihre eigenen Botschaften fahren, sie machen uns in der Fotobox Fotos, die werden dann auf Facebook hochgeladen, die D3 mit den meisten Gefällt mir, oder Reaktionen auf Facebook, bekommen dann einen Preis. Also, die sind die outlet.